Ja, okay, kommen wir zum nächsten Thema und zwar Tesla. Die haben nämlich eine Strafgebühr eingeführt, wenn man länger als die benötigte Tankzeit an ihren Superchargern stehen bleibt. Und zwar sind das irgendwie zwischen 30 und 40 Cent pro Minute. Da kommt es irgendwie auf das Land an, wo es ist, so wie ich es gelesen habe. Das fällt an, nach 5 Minuten schon frisst, die du halt länger stehen bleibst, als du tankst. Und danach wird halt direkt die Abrechnung gestartet. Das heißt, während man lädt, halt gerade vielleicht irgendwie was essen ist, dann siehst du halt auf deinem Handy, dein Wagen ist geladen. Dann musst du im Prinzip dahin joggen, damit du nicht noch eine Strafe zahlen musst. Ja, und das kam doch irgendwie so, dass auf Twitter irgendjemand Elon Musk geschrieben hat, dass er, ja, dass die Tesla-Parkplätze, also die, eigentlich ja keine Parkplätze, sondern die Tankstationen jetzt von manchen Leuten dauerhaft belegt werden. Und dass ihnen das jetzt extrem stören würde und dass Tesla da mal was gegen machen muss. Und die haben jetzt wirklich, das war nicht mal eine Woche her. Und Elon Musk hat sofort gesagt, okay, wir sind dran. Und sie haben es jetzt wirklich innerhalb von ein paar Tagen, haben sie diese Gebühr eingeführt. Und ich finde auch das, ich finde das Prinzip auch ganz cool. Also ich meine, das könntest du ja mit so einem VW nicht machen. Ich meine, da wird ja nicht dann irgendwie nachgezählt, ab wann du, das wird ja gar nicht erfasst, wann du tankst. Und deswegen hier bei Tesla ist es ja wirklich so, das Auto weiß halt, wann du getankt hast, zählt dann ja fünf Minuten runter. Und ist natürlich ein bisschen happig so, weil Teslas laden ja auch immer länger. Und dann genau kurz, du hast nur fünf Minuten Zeit und dann muss das Auto weg sein. Und wenn du dann gerade noch was essen bist, ja gut, dafür sind dann halt diese 40 Cent da. Naja, das Gute ist halt, dass die maximale Stundengebühr da halt eben bei 24 Dollar liegt. Das kann man dann im Prinzip nochmal verschmerzen. Aber angenommen so, du vergisst es so, dann bist du halt auch schnell mal bei sehr viel Geld. Aber woran man halt auch merkt, dass es halt vielleicht ein bisschen überstürzt gemacht worden ist, ist, dass sie halt keine klare Idee haben scheinbar, wie das Ganze bezahlt werden soll. Weil sie sagen, das musst du bezahlen, wenn du das nächste Mal ins Tesla Service Center gehst. Also ehrlich gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, das Tesla Service Center ist das, das ist kein Autohaus, oder? Das ist doch wahrscheinlich, kann es sein, dass das einfach die App ist? Nee, ich glaube, das Tesla Service Center ist halt, wo du zur Wartung hingehst mit der Karre, oder? Ah, okay, ja. Wenn sie da wieder ein neues Update haben und aufspielen und so, das ist ja alles normalerweise kostenlos mit drin. Ja, ich sehe es hier, klar, Tesla Service Center. Ja, das finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Vor allem, weil die App ja schon weiß, wie lange du da stehst. Dann könntest du mal noch gleich eigentlich über die App erledigen, anstatt, dass du dich dann nächstes Mal, wenn du es vielleicht schon mal vergessen hast wieder, wenn du dann ins Service Center fährst, dass du dann irgendwie im Zweifel mit einer 240 US-Dollar-Rechnung irgendwie überrascht wirst oder so. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn man das oft gemacht hat, dann wird man einfach nicht mehr zum Tesla Service Center fahren. Ja, das kannst du ja auch nicht sein. Sondern sein Auto einfach selber reparieren. Na gut, da kriegst du halt die Updates nicht, ne? So, wenn es da mal irgendwie ein neues Update, wenn es ein neues Update gibt für den Autopiloten, dann fährst du halt im Zweifel mal gegen Laster oder sowas. Na ja, okay. Also, wenn das so ist, ich finde das eine clevere Lösung. Ich meine, der Tesla muss auch was dagegen machen, weil sie halt nun mal Elektroautos sind und weil sie halt mal wenig Parkplätze einfach generell im Land so zur Verfügung haben. Ja, klar. Was ich mich aber frage, ist, wie wollen sie sich denn schützen gegen Leute, die einfach so darauf parken, die jetzt kein Tesla haben, sondern wenn ich mich mit meiner ganz normalen Benzinkarre einfach da hinstelle. Was wollen sie tun? Ja, das ist echt eine gute Frage eigentlich. Ähm, vielleicht, ja, ich weiß gar nicht. So, da gibt es ja auch keinen Tesla-Mitarbeiter, der da noch rumstellt und dich verscheucht oder so. Genau. Vielleicht unter Kameras oder irgendwas. Ja, es sind ja auch keine öffentlichen Parkplätze, so, dass du dann halt easy abgeschleppt wirst, so, wenn dann da die nächste Politesse vorbeigeht. So ist es ja scheinbar auch nicht. Ja, ich glaube, das läuft wahrscheinlich so, ja, ich glaube, das läuft einfach so, die Tesla-Besitzer, die dann kommen, können dich dann einfach da runterkicken, wenn es keinen freien Platz mehr gibt außer deinen. Ja, okay, das könnte so sein. Nehme ich mal. Aber es ist halt auch ärgerlich, so, wenn du dann da kommst und du willst den Tesla tanken und dann musst du erst mal noch eine Stunde warten, bis dann irgendwie der Abschleppwagen kommt, so. Ja. Naja, da muss man sich wahrscheinlich irgendwie auf das benehmende Leute verlassen. Ja, aber eine Sache, guck mal, diese Tesla-Ladestationen, also die sind ja eigentlich so an Autobahnraststätten und so. Ich wüsste jetzt nicht, die sind ja nicht so in Innenstädten an irgendwelchen Spots, wo jetzt gerade jeder parken will. Nehme ich an. Also ich glaube, in Großstädten gibt es das schon nochmal in der Innenstadt. Also ich meine, ich habe jetzt bisher noch nicht so Tesla-spezifische Ladestationen gesehen, aber in der Innenstadt hier gibt es auch ab und an mal so Parkplätze für Elektrofahrzeuge, wo du halt auch von der Stadt aus kostenlos laden kannst. Ist natürlich nicht ganz das Gleiche, aber so stelle ich mir das auch vor, dass Tesla das genauso macht oder zumindest ähnlich. Ja, das wäre schon mal interessant, das so zu wissen, wie sie auch mit, ja, Nicht-Tesla-Autos umgehen, weil es ist natürlich da nicht so einfach. Würde mich nicht mehr interessieren, aber gut. Naja, was ich nochmal interessant finde abschließend zu der Sache ist halt, dass Tesla selber sagt, dass sie mit dieser Strafgebühr halt auf jeden Fall kein Geld verdienen wollen, sodass es halt nur um die Kundenzufriedenheit geht und dass sie halt ihr Versprechen, dass man da halt kostenlos laden kann als Tesla-Besitzer halt auch noch nicht vorhaben zu brechen in nächster Zeit. Ja, aber dazu sei nochmal gesagt, sie sagen, wir hoffen, dass wir damit niemals Geld verdienen werden, weil sie es natürlich als Strafe ansehen. Also ich denke mir, sie würden sich auch ein bisschen über ein bisschen Geld freuen, aber gut. Ja, naja klar, das klingt auch ein bisschen scheinheilig, aber im Endeffekt bin ich mir schon ziemlich sicher, dass es da hauptsächlich um die Kundenzufriedenheit gehen soll, weil wer auf Twitter ist nicht zu dieser Diskussion gekommen, so wäre es wahrscheinlich jetzt auch noch nicht zu dieser Gebühr gekommen. Ich mag auch, dass, das ist ja das Coole an Tesla, ich meine, dass durch eine Twitter-Nachricht sowas einfach geändert wird. Ich meine, wenn man sich sowas mal bei anderen Autounternehmen vorstellen würde, ja, ich glaube, das wäre ziemlich unmöglich. Ich glaube, sowas geht echt nur bei Tesla. Ja, vor allem, dass Elon Musk halt einfach direkt anschreibt und er sagt dann, ja, das ist ein Problem, so wir kümmern uns drum und eine Woche später haben sie eine Lösung. Also zumindest eine vorläufige Lösung. Ja, das zeichnet ja Tesla auch aus, dass sie schnell sind, auch beim autonomen Fahren. Ja, das spricht schon für einen gewissen Innovationsgrad, so auch in der Kommunikation auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja, okay, dann kommen wir mal zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ja, okay, dann kommen wir mal zum nächsten Thema.